Der Herr in der fünften Reihe von links. Herr Gysi, es wird, mein Name ist Fontaine, es wird Ihnen nicht gefallen, weil ich bin nicht dafür da, die Weltprobleme zu lösen und auch kein deutscher Arbeiter. Fragen Sie mal einen deutschen Arbeiter, ob er zahlen will für Afrikaner, die an Überbevölkerung leiden, ob er dafür arbeiten gehen will. Er will auch nicht mal für einen HCM4-Empfänger hier arbeiten gehen. Jeder arbeitet für sich selber. Jeder ist für sein eigenes Leben Verantwortung. Ich bin nicht für den Nachbarn verantwortlich, ich bin erstmal dafür verantwortlich, dass ich mein Leben in den Griff kriege und nichts anderes. Und wenn ich eine Familie habe, bin ich dafür verantwortlich, nicht die Allgemeinheit. Und Sie reden von Kosten, die die Bundesregierung übernehmen soll. Die Bundesregierung hat kein Geld. Das ist das Geld der Bürger, schlicht und einfach. Wollen wir unseren Kindern Schulden überlassen in 2,2 oder 2,5 Billionen oder Kindern, die nichtmals geboren sind? Irgendwo muss das Geld bezahlt werden und die Wirtschaft muss erhalten werden. Wo ich Ihnen recht gebe, wir sind zwar ein wirtschaftlich starkes Land, aber auf falschen Füßen. Ich stehe auf den Standpunkt, Industrie, die sollte dahin gehen, wo die Menschen sind. Wenn nämlich hier die Wirtschaft einbricht, dann haben wir die Probleme. Nur weil wir exportieren. Wir brauchten das nicht exportieren, das kann doch in den Ländern produziert werden. Entschuldigung, dass ich Sie ganz kurz unterbreche. Vielen Dank erstmal, aber was ist die Frage? Ich habe die schon verstanden. Ich glaube, dass Sie die Verantwortung zu eng sehen. Natürlich sind Sie für sich verantwortlich, natürlich sind Sie für Ihre Familie verantwortlich. Wenn Sie übrigens in Not geraten, brauchen Sie die Hilfe der anderen. Nein, erstmal meine eigene. Ja, Moment. Hartz IV zahlen Sie sich nicht selbst aus. Das wird von Steuermitteln bezahlt. Und viele alleinerziehende Frauen, die in Hartz IV geraten sind, tragen dafür nicht die geringste Schuld. Wir haben für Sie eine Mitverantwortung. Jedes Jahr sterben mehr Deutsche, als geboren werden. Die Union jammert mir immer die Ohren voll, dass die Deutschen aussterben. Und ich erkläre ihr immer erstens, dass sie es handwerklich nicht verlernt haben. Wenn Sie mir das glauben, komme ich zum zweiten Punkt und sage, wir sind keine kinderfreundliche Gesellschaft. Und wir haben keine Chancengleichheit für Kinder beim Zugang zu Bildung und Kultur. Das ist verheerend. Auch das müssen wir übrigens ändern. Die Verantwortung geht viel weiter. Ich will Ihnen das ganz direkt sagen. Wenn wir uns nicht verantwortlich fühlen für die dritte Welt, kommt sie zu uns. Wollen Sie die alle erschießen? Was wollen Sie denn machen, wenn Sie da sind? Verstehen Sie, wir haben gar keine Wahl. Die Menschheit rückt zusammen. Früher war es so, in Afrika wussten wir ja nicht, wie wir leben. Inzwischen haben die da auch Fernseher in den Dörfern. Die schauen sich das an und fragen sich, wie sie leben und wie wir leben. Wir kommen um die Fragen nicht herum. Ich habe das der Regierung schon vor Jahren gesagt. Und deshalb sage ich Ihnen, wir müssen etwas tun. Und jetzt sage ich Ihnen mal was zur sogenannten Entwicklungshilfe. Heute spricht man nur noch von Entwicklung, weil das Wort Hilfe nicht mehr dabei benutzt werden soll. Das ist ein so geringer Anteil am Bundeshaushalt. Und wissen Sie, wie das läuft? Das läuft immer so, in welchem afrikanischen Land können wir welchen deutschen Firma einen Auftrag geben von unserem Geld mit Entwicklungshilfe? Es fließt wieder zu uns zurück. Und ich sage, das müssen wir ändern. Die UNO hat mal beschlossen, 0,7 Prozent des Bruttosozialprodukts. Und wenn wir dieses Geld nehmen und sagten, was brauchen wir, damit die Länder sich selbst entwickeln, nämlich damit sie dann auch die Verantwortung für sich übernehmen können, damit sie den Hunger meistern, damit es dort eine Chance gibt. Was machen wir? Soll ich Sie mal sagen? Wir sagen, wir brauchen Fachkräfte, weil es ja zu wenig Deutsche gibt. Die holen wir uns aus der dritten Welt. Ist das richtig, die Fachkräfte aus der dritten Welt mit Geld abzuziehen? Vielleicht brauchen die ihre Fachkräfte selbst. Verstehen Sie? Das ist nämlich das Problem. Also, nein, da habe ich eine andere Auffassung als Sie. Und wenn man zu spät Verantwortung übernimmt, wird es übrigens sehr viel teurer. Mir hat einer geschrieben, der arm war, wenn es weniger Flüchtlinge gäbe, hätte er mehr. Habe ich gesagt, so, dann kennen Sie den Bundestag ganz anders als ich. Als wir weniger Flüchtlinge hatten, ging es Ihnen da besser? Da antwortete er mir, nein. Sage ich, so ist der Bundestag nicht. Der verteilt nicht, weil plötzlich weniger Arme da sind, das Geld an die übrigbleibenden Armen. So ist der gar nicht gestrickt. Dann hat mir einer geschrieben, ja, aber wenn wir die nicht hätten, dann würden wir ja mehr Geld für Bäder haben, für Schulen. Und sage ich, wirklich? Hatten wir, als wir weniger Flüchtlinge hatten, mehr Gelder für Bäder und für Schulen? Schrieb er, nein. Wissen Sie, was die Illusion ist? Sie schauen zur Seite. Das ist der falsche Blick. Wenn Sie was verändern wollen, wenn Sie mehr soziale Gerechtigkeit herstellen wollen, müssen wir endlich nach oben schauen. Wir müssen das Verhältnis zwischen Reichtum und Armut in unserer Gesellschaft und in anderen Gesellschaften verändern. Aber ansonsten, viel Geld wird natürlich auch verschleudert. Verstehen Sie, da stimme ich Ihnen auch zu, das weiß ich. Und natürlich, die Bundesregierung denkt auch viel zu wenig daran. Da haben Sie ja recht, dass es letztlich gar nicht Ihr Geld ist, sondern Geld der Bürgerinnen und Bürger. Und wie viel Geld haben wir den Banken zur Verfügung gestellt? Hätte es da nicht vielleicht andere Wege gegeben? Wissen Sie, jetzt dauert das ewig, bis die Kommunen Geld bekommen. Aber als die Banken gefährdet waren, hat der Bundestag innerhalb einer Woche über 400 Milliarden zur Verfügung gestellt. Na, wenn ich für einen kulturellen Zweck eine Million beantrage, dann erzählen Sie mir, dass Sie kein Geld haben. Aber verstehen Sie, bei Banken flutscht das bloß so. Muss man auch mal ändern. Dank fürchten Sie, bei Banken! Untertitelung des ZDF, 2020